Mein Name ist Marc Kohler, ich bin Geschäftsführer von Kibag & Metall. Michl. Michl Reber, Bauführer, Stallbauabteilung. Was brauchen wir hier überhaupt für einen Projektleiter, Metallbau? Einer, der alles macht, der muss für die Planung, dann geht mit dem Bauherr schauen, die Planung übernehmen, die Pläne auf den PC bringen, die Davor machen mit dem Schlosser draussen, alles überwacht, der ganze Einkauf, die Planung vor Montag bis zur Schlussabnahme mit dem Bauherr. Was können wir dem anbieten, das hier kommt? Schau mal, es ist ein wunderschönes Haus hier, wir haben ein sehr junges, dynamisches Team, die beste Anstellungsbedingungen, ein super Lohn, da können wir sicher mit den besten mithalten und eigentlich, wenn man schon mal 2.000 und 10.000, es lohnt sich einfach, von hier aus etwas zu erwirken. Also komm. Kibag aus gutem Grund